Jetzt im Hotel angekommen im wunderschönen Kempinski Palihansen. Natürlich zeige ich euch auch das Zimmer, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen machen wir einfach einen kleinen Rundgang hier. Wunderschönes Bad und natürlich ist Sammy auch mitgekommen. Hallo Sammy. Hallo Sammy. Ein bisschen kamerascheu noch. Und hier das tolle Zimmer. So, ich werde es mir jetzt gut gehen lassen und wir sehen uns nachher, wenn ich euch die Stadt zeige. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu dem Hop-On-Bus-Tour und damit zeige ich euch natürlich ein bisschen was von Wien. Natürlich konnte ich nicht anders und musste auch bei Sache ein kleines Souvenir mitnehmen. Logischerweise sind wir jetzt auch im Stephansom angekommen. Los geht's. Ein bisschen Shopping-Tour jetzt durch die Fußgängerzone. Und was ich unbedingt nicht verpassen möchte, ist ein typisches Wiener Kaffeehaus zu besuchen. Ich bin gespannt, ob ich eines finde hier auf dem Weg. Ansonsten muss ich natürlich Google Maps befragen. Jetzt im Café Greenstein angekommen. Mein erster Wiener Kaffeehausbesuch. Ich freue mich schon voll. Ja, nach einem leckeren heißen Schokolade und einer Easter-Hasitorte waren wir jetzt im Wiener Kaffeehaus. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt. Ansonsten, auf eine große Musik-Anion werden die Linda und harinawnisse. Vielen Dank.